Ja, allihallo, hier ist Christian Hemmschermeyer, Partner, Poet und Beziehungscoach. Ja, heute geht es um das coole Thema. Mein Date macht keinen klaren Move, aber trifft mich gerne. Ansonsten läuft immer noch die Libeship-Extremwoche. Bis Sonntag 20% auf fast alle meine Kurse. Geilste Aktion im Jahr. Und es gibt auch alles momentan verfügbar. Ja, Adventskalender, Libeship-Pro, Libeship-Plus-Mitgliedschaft, der neue Kurs Spirituelle Ikea, schon ein nice geiles Leben. Kann man Frühbucherpreis, geht ja im Dezember los. Also nutzt es und guckt wirklich mal in die Kurse rein, weil ich weiß, ich habe auch irre viele Videos, aber es lohnt sich wirklich. Und die sind auch echt wirklich erschwinglich. Erschwinglich. Zweite, was ihr noch sagen wollt, bevor wir zum Thema kommen. Mich schreiben immer wieder manche, ja, aber der in dem Buch hat das und das gesagt. Oder der sagt dies. Oder der YouTuber sagt das. Oder ich wundert euch nicht, wenn ich da nichts zuschreibe, wenn das so als Kommentar ist, weil mir persönlich ist das, ehrlich gesagt, völlig wurscht, was andere sagen. Ich gebe hier meine Message. Ich sage das, was ich denke, ich habe ein sehr, sehr fundiertes Wissen. Ich sage das, was aufgrund dieses Wissens ich für das Richtige halte. Und ich persönlich habe überhaupt keine Lust, das zu diskutieren mit irgendjemandem, weil ich denke ja, das passt. Macht für mich deswegen keinen Sinn, das große zu diskutieren. Und will ich auch gar nicht. Also entweder so meine Message, die resoniert mit dir, dann freue ich mich. Und wenn sie nicht resoniert, dann ist es auch total okay, wenn man andere Videos guckt oder andere Bücher liest. Nur, ich merke so immer mehr, ich fühle mich überhaupt nicht, also ich freue mich, dass es andere Positionen gibt und das Weltall ist groß. Aber ich, ja, ich mag da nicht drüber diskutieren. Da kommen immer wieder auch, was ich auch total verstehen kann, es kommen immer wieder Fragen. Ja, aber warum siehst du das so? Warum ist das so? Warum? Aber, weiß ich nicht, Gegenbeispiel XY. Klar gibt es immer Spezialsituationen, wo vielleicht irgendwas mal anders ist. Aber grundsätzlich, ja, freue ich mich hier, wenn ich meine Message hier verbreiten kann. Und, ja, ich mache die aber auch nicht verwässern jetzt mit irgendwelchen anderen Sachen oder dass ich hier andere Themen noch mit reinnehme, die ich nicht hundertprozentig unterstütze. Also ich glaube, das ist auch letztlich im Sinne von allen, glaube ich, dass ich das so handhabe, weil dann habe ich hier eine pure Message. Jeder kann gucken, wie er sich dazu positioniert. Und für mich ist das völlig okay, wenn irgendjemand eine andere Meinung hat oder Wissenschaftler XY vor drei Jahren in dem Experiment aber das und das herausgefunden hat, ist mir persönlich völlig Latte. Weil ich glaube nicht, dass es viele, ich will es auch gar nicht begründen jetzt, aber ich glaube nicht, dass es viele in dem Bereich gibt, wo ich arbeite, die diese Erfahrungen haben, würde ich mal behaupten. Gut, aber jetzt endlich geht's mal los. Zum Thema, ne, genau, wir haben ja eine E-Mail, wenn du auch solche E-Mails stellen willst, kannst du die über ein Formular auf liebeschip.de einstellen und hoffen, dass es drankommt. Und, ähm, so, ja, eine Nachricht von Katschenka und kam auch noch richtig nachfrage, nein, es sind nicht alles Russen, die mir schreiben, aber natürlich nutze ich, ähm, andere Namen, logischerweise. Hallo Christian, ich hatte kürzlich schon mal eine Frage gestellt, es ging um das Thema, ob Frau den ersten Schritt machen darf, hinsichtlich Dating. Ja, darf sie natürlich, aber wobei ich immer wieder sage, die Frau bekundet das Interesse und der Mann macht die Dates, also da würde ich auch nicht von abgehen. Ich würde jetzt nicht anfangen, den Männern den Job abzunehmen, ne, mach das nicht, dann fällt sie gleich raus aus der Polarität, so. Aber Interesse kann, soll, darf, äh, die Frau sucht ja auch aus, letztlich, denke ich, ähm, und, ähm, ja, oder hat auch zumindest auch einen großen Anteil daran, sagen wir mal so. Und das ist total in Ordnung, aber der Mann macht die Dates, der Mann macht, ähm, wie gesagt, das muss jetzt nicht alles, aber macht natürlich auch den ersten Kuss in der Regel und so weiter. So, äh, wir haben uns seitdem zweimal gedatet, einmal waren wir zusammen laufen, das andere Mal durfte ich wählen und wir gingen in die Kunsthalle. Beide Dates waren schön, da er zeitlich sehr oft eingespannt ist, viel arbeitet und einige Hobbys nebenher hat. Ja, es geht schon los, dass du Gründe findest, ne, sehen wir uns erst nächste Woche wieder mal, wieder, Anführungsstrichen, mal ganz in Ruhe treffen, bei mir oder bei dir. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Er versucht es zeitlich auch möglich zu machen, dass wir uns treffen, so schlug er gestern zum Beispiel vor, dass ich ja mitkommen könne zu seiner Laufgruppe vom Unisport. Ich gehe auch gerne regelmäßig laufen und danach begleitet er mich noch mit dem Fahrrad heim, was ich, was für ihn definitiv ein Umweg ist, aber das nahm ich damals gerne an, weil ich seine Gesellschaft sehr genieße. Ich fühle mich einfach extrem wohl mit ihm, trotzdem ist mir noch nicht so ganz klar, worauf das hinausläuft. Er versucht nicht so wirklich, sich mir anzunähern, außer dass er eben klar sagt, dass er mich weiter treffen möchte und offensichtlich ja auch mal ungestörter Zuhause? Manchmal frage ich mich, ob ich selbst zu unklar bin. Ja, also wenn du dich mit einem Mann triffst und das so einen Dating-Charakter hat, dann sollte die Intention ja klar sein. Und ja, das Ziel von Dating ist Beziehung und Körperlichkeit. Ich meine, sonst ist es nicht Freundschaft. Sonst wäre es ja kein Date. Und natürlich kann Freundschaft noch dazukommen, aber das ist erstmal, geht es ja um mehr so. Und gut, jetzt kann man natürlich sagen, zweimal ist jetzt nicht so viel. Aber wenn er da keinerlei Annäherungszeichen gemacht hat, dann würde ich sagen, natürlich kannst du dich jetzt nochmal ein drittes Mal mit ihm treffen. Aber ganz ehrlich, wenn es beim dritten Mal auch nichts passiert, ich würde es abhaken. Wie nochmal, ihr wollt niemanden zum Daten tragen, auch nicht jemanden, der sich gerne mit euch trifft. Ihr wollt auch keinen Mann jetzt erzählen, was er machen muss. Und zumindest, natürlich kann man ein Mann auch, das ein bisschen leichter machen, aber irgendwie eine Art Signal solltet ihr schon erwarten. Wenn ihr das alles übernehmt, dann landet ihr mit jemandem, mit dem ihr letztlich dann keine Polarität haben werdet. Weil die Polarität zeigt sich natürlich auch ein bisschen darin, dass der Mann mutig genug ist, irgendwelche Schritte zu machen. Also wenn er das, entweder er es nicht interessiert, wenn das über mehrere Dates nicht passiert, oder er ist nicht in seiner Polarität. Und beides, sei denn du bist jetzt als Frau in der männlichen Polarität, fühlt sich da wohl. Dann kannst du natürlich auch einen Mann daten, der mehr in der weiblichen Polarität ist. Aber ansonsten, ja, ist das sehr frustrierend. Und vor allen Dingen kann es ja noch häufig sein, dass jemand einfach nicht so, auch Männer, ein Mann könnte an dir nicht so interessiert sein, wie du es gerne hattest. Und dann hängst du in so einer blöden Freundschaft fest. Das willst du als Frau genauso wenig wie als Mann. Also ich glaube nicht, dass du zu unklar bist. Allerdings schrieb ich nach dem letzten Treffen kürzlich, dass ich ihn sehr mögen würde. Okay, du bist nicht so unklar. Und ich ihn gerne auch noch näher kennenlernen würde. Also welcher Mann das jetzt nicht versteht, dem müsste man auch das Einmaleins nochmal beibringen, glaube ich. Daraufhin antwortet er, das sei ja nett. Und der Finde nämlich auch nett. Aber, das hört sich nicht gut an, wie gesagt. Aber er müsste ja diese Woche wieder arbeiten und hoffe, dass es aber zum Laufen klappt, wo wir ja gestern Abend auch beide waren. Na, ihr hattet jetzt doch schon euer drittes Date. Wenn ich das so richtig verstehe jetzt. Das ist ja auch ein Date. Die habe ich dann das dritte Mal getroffen. Oder war es jetzt das zweite Mal? Das verstehe ich jetzt gar nicht so richtig. Aber ehrlich gesagt, wenn der auf so eine Nachricht von dir antwortet, der finde ich ja auch nett. Und mal gucken, wann es klappt. Da hätte ich schon keinen Bock mehr, glaube ich. Hey, du willst doch jemanden daten, der richtig Bock hat, dich zu sehen. Der Bock hat, es gar nicht erwarten kann, wann mal ein bisschen mehr läuft irgendwie. Also man will doch wirklich einen Datingprozess haben, wo richtig jemand Bock hat, dich zu daten. Das alles andere macht doch keinen Spaß. Also das finde ich sehr wischiwaschi und hört sich nicht an nach jemand, der sich dabei ist, hemmungslos und dich zu verlieben, sagen wir mal so. Er ist gerade sehr im Bewerbungsstress und die Sterne stehen gerade ungünstig und die Mondphasen und Ebbe und Flut sind auch gerade so ein Problem. Und überhaupt, ja, es ist ja immer so, wer nicht will, findet Gründe. Und, äh, wie heißt das? Und wer, ich weiß nicht, da gibt es so ein Sprichwort, kommen wir gerade nicht drauf. Wer, Gott, Gott, ich kann ja drunter schreiben, ich komme gar nicht drauf. Äh, wenn ich will, findet Gründe und, ach, weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, wenn jemand wirklich will, dann klappt schon so, ist auf jeden Fall die Bedeutung von dem Sprichwort. Ähm, so. Er erzählt auch von allem viel, was ich schön finde. Gleichzeitig fragt er auch immer wieder interessiert nach. Ja, aber das heißt nicht, dass er so Dating-Visierend hier interessiert ist unbedingt. Ich weiß einfach nicht so genau, wie lange ich noch abwarten soll. Also maximal noch ein Date. Auf gar keinen Fall mehr. Ja, also das ist wirklich absolut, absolut, also wenn nach Date 3 nichts passiert ist, was irgendwie Händchen erhalten oder irgendein Versuch, Körperkontakt aufzunehmen, auf gar keinen Fall länger. Ähm, ich habe das Gefühl, klare Signale gesendet zwar am Video definitiv, also. Ähm, aber wie gesagt, das Universum gibt dir immer ein Feedback und wenn du immer noch zu sehr in so einem, eventuell zu sehr noch in so einer Bedürftigkeit hängst oder zu sehr noch von deinem Ego was willst unbedingt oder, ähm. Ähm, du noch in der Selbstliebe noch mehr tun könntest, dann kann durchaus sein, dass das Universum in dir noch spiegelt, dieses Lasche, dass jemand natürlich nicht hundertprozentig will, nicht richtig Gas gibt. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, es ist alles ein Prozess, also egal, was hier passiert, du wirst immer irgendwas lernen, so, ne. Und lernen das ohne da jetzt wieder so ein Ego-Ding draus zu machen oder wieso, was der wieder nicht, das ist dann der nächste Step, ist alles gut, alles, alles fein. Ähm, ich bin es nicht gewöhnt, mal einfach nur nett für mein Date zu sein, denn mein Ex tendierte dazu, mich direkt in den Himmel zu loben. Ja, aber jetzt nur, dass ihr gesunder daten sollt, heißt nicht, dass ihr Leute daten sollt, die, weiß ich nicht, die man zum Daten tragen muss, so. Ja, das heißt es definitiv nicht, also es kann durchaus auch jemand, der gesünder ist, kann richtig Bock auf euch haben, ne. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, selbst viel zu pushy und ungeduldig zu sein. Ja, aber kann ich auch verstehen, weil du findest ihn ja gut, ne. Und das nervt natürlich dann, ne. Ich bin immer total glücklich an unseren Treffen und warte schon ganz ungeduldig aufs Wiedersehen. Ja, aber das geht scheinbar eben nicht so, wie ich aus eurem E-Mail-Verkehr, aus eurem WhatsApp oder was auch immer ihr da nutzt, rauslese. Aber was ist nun mit ihm? Und wann weiß ich das endlich? Ich meine, du kannst dich noch fragen, aber da ist natürlich die ganze Romantik raus, irgendwie, ne. Und meiner Ansicht nach hast du alles gemacht, was du machen kannst, indem du geschrieben hast, was du halt eben geschrieben hast. Upsa. Das war mir gar nicht abgestellt. So, du hast ja geschrieben. Ja, finde ich jetzt gerade nicht, aber ich finde, du hast definitiv mega krasse, klare Signale gesetzt. Ja, dass du ihn sehr mögen würdest. Also, wer das nicht versteht, muss ich sagen, der will es, glaube ich, nicht verstehen und ist dann vielleicht nicht an dem Punkt, an dem du bist mit ihm und so. So, soll ich ein Treffen für nächste Woche vorschlagen? Er hat noch nicht mal ein Treffen vorgeschlagen, ey. Oh Gott. Nein, 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 nein. Also, Bauchgefühl-mäßig würde ich sagen, kannst du abhaken. Aber wenn du es partout noch warten willst, würde ich noch eine Woche warten, ob er ein Date macht und dann abhaken. Wenn er innerhalb der Woche ein Date macht, triffst du dich mit ihm, wenn er da nichts macht, abhaken. Next, weiter. Gar nicht viel drüber nachdenken. Locker nehmen. Noch mehr weiter in die Selbstliebe gehen, weiter in die Autonomie gehen, einfach am Ball bleiben. Ich weiß, dass das, also alle werden irgendwann ein bisschen ungeduldig in diesem Prozess, aber er führt sowas, keine Sorge. In diesem Sinne würde ich sagen, wir werden uns mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.